Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Terraria im Dungeon und ein bisschen am Bücher verarmen für die Bibliothek. Und es gibt aber teilweise Gebiete, wo wir keine Fackeln gesetzt haben. Da waren wir auch nicht. Hast du einen Schluss? Ich habe ja einen Golden Key. Ich habe sogar noch eine Drohe gefunden. Ja, na bitte. Ich habe mir auch zur Sicherheit Golden Keys eingesteckt. Nein, ich habe vorher einen Drop bekommen schon. Okay. So, endlich. Jetzt kann ich den abbauen nochmal. So, ich habe jetzt ein Problem. Mein Inventar ist voll. Ja, dann sortiere das Zeug aus, was wir nicht brauchen. Wir brauchen alles. Eindeutig alles. Kommst du da zu mir jetzt her? Ja. Ja, dann nimm dir das Zeug mit, was da hier rumliegt. Da liegt nämlich noch eine Drohe. Kommst du daher? Ja. Einfach da einmal so rüber. Ah, okay. Da ist wirklich urviel Gebiet eigentlich, was wir da nicht erkundet haben. Ist das neu dazukommen? Ja, stimmt, ja. Nein. Da ist noch ein Manner-Crystal. Da ist noch ein Bild nachher. Da ist noch ein Bild nachher. Wizard has arrived. Entweder wir haben da jetzt dumm geschaut gehabt, weil da ist wirklich viel Zeug. Da ist noch ein Bild. Kommst du zu mir, da sind es einmal so drüber gehen. Traveller. Travelling Merchant ist wieder weg. Die Grabsteine decken sich aber nicht. Das ist ein Schaß. Ja, dann hau ein paar von denen höchstens weg. Oh ja, teilweise decken die auch. Sehe ich gerade. Da ist noch ein Bild, das kann ich nicht mehr aufnehmen. Bleib hier. Kommst du runter? Ja, gleich. Ich bin schon am Weg. Ich weiß nicht, ob du da runterkommst. Ja, so schon. Aha. So, gehen wir noch heute runter. Was ist das? Bloodborne ist rising. Immunity to curse. Hey, da ist ja eine Ruhe. Aber ich kann den irgendwie nicht aufmachen. Das ist mit so einem grünen Schlüssel. Achso, ja, das ist diese... Wie schaut es aus? Gehen wir zurück, Platten? Oder? So eine art heilige Truhe. Nein, das ist die aus dem grünen, aus dem Dschungelkristall wahrscheinlich. Genau, ja. Weil es wärme eh ziemlich herunten. Ja, ich hab's auch nicht mehr viel weiter erkundet. Nein, ich hab's ja gar nicht mehr erkundet. Meine E-Karte hat sich aufgeliehen gehabt. Ja, ja, aber bei mir ist das auch so ziemlich... Das würde ich sagen, geh mal rauf, oder? Ja. So, äh, kannst du das Zeug aus dem Thron mitnehmen? Ich kann schon. Ich loot einmal überall, mach loot all und dann musst du den Rest einfach nehmen. Jetzt hab ich alles im... Das wollte ich nicht. Mach doch... Lass die Tür zu. Wieso? Am Anfang ist es ein Schaß. Was meinst du am Anfang? Ich kann nicht, ich kann nicht im Haus die Gegenstände looten und durchschauen, wenn dauernd Viecher reinkommen. Ja, komm. Ich mach, ich verteidig schon. Die sind ja nicht so stark. Ja, Geid, wo du tollst, brauchen wir eh nicht. Und du stirbst, äh, wenn du stirbst, dann spawnst du eh gleich wieder. Ja. Sorry. Da hab ich jetzt nix machen können mehr. So, da ist noch ein Pilz, sehe ich gerade. So, da ist noch ein Pilz, sehe ich gerade. Da liegt sogar noch Holz hinten, hast du das nicht mitgenommen? Vorher? Wo? Da beim Heerweg. Oh ja, der eigentlich schon. Was kommt da? Der hat gleich ein Goldcoin getroppt, ich hab jetzt noch ein Stück. Ja. Jetzt nehmen wir. So, bin gleich wieder bei dir. Ja, da sind dezent viele Werwölfe. Die sind aber eigentlich harmlos. Was liegt denn da? Irgendwie irgendwas bandage. Okay, ja. Bist du auch schon voll, oder? Ja. Nur ich kann nicht aussortieren. Weil irgendeine Daybloom Seeds oder sowas brauchen wir ja nicht. Hm. Wir brauchen alles. Wir brauchen einfach alles. Hau mal ein bisschen Zeug her, was du meinst, was du nicht brauchst. Bücher zum Beispiel, die kann ich stecken. Pilze kann ich stecken. Pilze? Ja, warte, ich werde nur suchen. Oh nein. Hab ich keine mehr. Oder Blink, äh, sie dört. Holz. Ah, äh, die Eichling. Eichling hab ich keine. Meteorit kannst du sicher... Ah, okay. Ich glaube, wir können so viel mitnehmen. Der Halbmond, äh, Bloodmoon ist erst zur Hälfte vorbei. Ja. Und die haben schon urviel Geld wieder. Ja. Die droppen ja extrem. Ich habe jetzt schon wieder 5 Gold. Du müsstest ja mein Gold haben, was ich da verloren habe vorher. Ich habe 7 Gold jetzt gerade. So. Die ist, glaube ich, aus. Ziemlich. Oder dauert die die ganze Nacht. Er dauert die ganze Nacht. So habe ich was. Ich rede die ganze Zeit nur links, rechts, links, rechts. Also, wir können eine Kiste da lassen, mit den Goldschlüsseln zum Beispiel. Weil die brauchen wir nirgends anders. Ja, aber wir brauchen es da auch nicht mehr. Blödgenommen. Wir brauchen es, wir brauchen es, wir brauchen es, wir brauchen es eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Also, von daher, ja. Würde ich sie lieber da lassen, als dann irgendwo mitzunehmen und dann kommt man irgendwann drauf, hey, irgendwie könnten wir sie doch noch brauchen, weil wir eine Kiste übersehen haben. Ja, ich will es droppen halt nirgends, das ist ja, darum sage ich es ja, Lagerhaus wäre halt auch gut, wenn wir dann wissen, genau dort finden wir es. Wenn wir alles dort haben, weil wenn wir da, ob wir da sind, 22 oder 30 Parts, wir brauchen es dort ja nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es im Untergrund auch irgendwo irgendwo, die Maus spielen muss. Ich habe keine Ahnung. Wie wanden die Fenster noch einmal zu Bondi, das ist ja auch, du bohrer. Ja, aus Glas, einfach. Glasrückwände. Ich habe immer das Problem, dass wir kein Sand mehr haben, oder? Oh, also ich habe da noch 479 Glas. Achso, okay. So, was machen wir jetzt? Warten wir da, ist die ganze, oder gehen wir zurück? Gescheiter, bis wir mal da warten, oder bis die Autos dabei ist. Wir warten da, bis es aus ist und geht nur zurück, weil... Da, jetzt auf den Weg machen, sterben wir irgendwo und verliehen höchstens auf das Gold. Stimmt. So, äh, ja, ich habe jetzt 5 Gold. Ich habe 12. Ja, kriegst du meine die ganze Zeit. Ja. Ist in der Kiste jetzt noch was drinnen? Nicht mehr wirklich. Lassen wir die jetzt erst stehen, oder wie? Ja, wenn du nicht... Weil es ist... Ich schiepfe jetzt hinunter mal, weil das in dem Paket... Genau, nichts mehr drinnen. Also nichts mehr von Wert. Ein Schwert ist noch drinnen. Aber da habe ich eh schon eins mitgenommen, ein Exemplar, ein besseres als das. Würde ich auch einfach drinnen lassen. Ich würde einen Heiltrank nehmen, wenn du kannst. Ja, ich finde die Lebensanzeige da oben ist so nervig. Die sieht man jedes Mal. So, jetzt haben wir ja das ja gleich geschafft haben. Ja, jetzt ist sie gleich aus. Hat uns wieder nicht viel... Gold gebracht. Und jetzt ist aus. Einige Tote. Man müsste so einen Deathcounter einbauen in das Ganze. Na, Alter, nein, oder? Was? Ja, die Goblin-Army. Boah. Approaching from the West. Und wir sind ja gleich am Westen. Das heißt, sie sind ja schon da. Das ist aber nicht wahr jetzt, oder? Oh ja. Na. Ich komme schon. Ich meine, es kommt urlang gar nichts. Und dann kommt alles auf einmal. Und dann kommt es gleich hintereinander. Das blöde ist, die kommen da unten im Wasser. Gehen sie herum, habe ich sie gerade gesehen. Wirklich? Ja. Ja, sie kommen aus dem Westen, also. Wobei, sie waren vorher bei mir auch schon da, also. Ist aber schon aus wieder. Vielleicht habe ich einen anderen Sound. Ja, ich jetzt auch. Ich glaube, die haben wir schon geschafft. Oh nein, Tag ist es worden. Aber die sind ja nicht an die Nacht gebunden, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die, das, ja, oh ja. Das ist nicht an den Tag herbunden. Oder an die Tageszeit. Laufen wir zurück. Ja, ich komme schon, ich komme schon zurück. Und, okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist sie da. Hast du den Sound von der? Ich habe nämlich keinen. Ja, ich auch nicht, aber es steht. Ja, ja, ja. Aber mein Name ist a riot. Ja, aber gehen wir trotzdem rüber. Dabei. Wagen wir es? Ja. Ich muss mich vorschlagen, dass du einen Heiltrank nimmst. Ich? Ja. Ich habe 200. Ja, und? Was bringt mir das, wenn ich jetzt einen Heiltrank nimm? Ja, bis du auf 400 bist, dauert es ewig. Tja, aber... Ich sterbe ja nicht mehr. Sag ich jetzt einmal. Du kannst kein Holz aufnehmen, oder? Nein. Den einen Baum lasse ich, der ist nicht so wichtig, der ist noch nicht so groß. Aber wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Am Weg zurück. Tschau, Leute.